Wir sind im Europa-Park Rust im Hotel Colosseo. Ein super schönes Hotel, wir haben es gerade von innen besichtigt. Toll, mit eigenen Marktplatzablächen. Schöne Pferde. Und hier gegenüber ist dann das El Andalus. Und hier noch ein anderes Hotel. Und hier ist dann auch ein Busstopf. Da kann man dann überall zusteigen. Und die Schwebebahn geht auch von hier aus. Ach, der Matthias steht auch gerade hier rum. Wie gefällt es Ihnen hier? Sehr schön. Das Hotel Korn ist ein super schönes Hotel Colosseo. Dann werden wir heute Abend auch zu Abend essen. Und dann sind wir mal gespannt. Wir dürfen heute Abend das Buffet hier benutzen. Und wir führen euch, Matthias und ich, wir führen euch durch den Europa-Park Rust. Könnt ihr uns dann auch mal Bescheid geben, wie es euch gefallen hat. Und ich bin vom Reisebüro. Und ihr könnt auch gerne bei mir das Hotel buchen. Die Eintrittsgelder. Könnt ihr alles machen. Bis dann. Tschüss. 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 Jahres.